Schon ziemlich cool, wen ich beim Drehen schon alles getroffen habe. Hier meine Top 5 der coolsten Promis, denen ich bei der Beni-Challenge begegnet bin. Platz 5. Matthias Meester. Und, oh, 27 Meter und 84. Ja, nein! Platz 4. Mozi Mabuse. Ole! Ole! Yes! Platz 3. Mario Gomez. Platz 2. Karol Sevilla. Platz 1. Luca Henni. Schön von oben. Platz 1. Platz 1. Platz 1.